Guten Morgen, liebe Zuschauer vom Elbepark Dresden, es ist endlich soweit. Ich gehe mal live. Heute ist der erste Livestream. Und ja, ansonsten habe ich immer aus meinem Wohnzimmer gesendet oder aus dem Auto. Und jetzt bin ich endlich da. Ich bin angekommen im Elbepark Dresden und jetzt bin ich hier vor Ort und werde heute ein bisschen moderieren. Wir haben ja Mikro schon liegen und es baut sich gerade so langsam auf. Wir sind gerade so ein bisschen am Warm-upen. Es ist 10 Uhr morgens. Natürlich wird das Center jetzt erstmal ein bisschen voller. Ansonsten, kommen Sie heute gerne vorbei. Es gibt heute viel zu entdecken. Wir haben heute Schuhworkshops. Man kann sich seinen eigenen Schuh kostenlos erstellen, selber zusammenstellen und mit nach Hause nehmen. Da hat man tolle Hausschuhe oder so Schuhe für unterwegs. Kann man heute selber kreieren. Dann haben wir einen Upcycling-Workshop da. Da gehen wir jetzt gleich mal hin und gucken mal, was hier so passiert. Und es gibt heute aus Altmach Neu also nochmal eine andere Version. Also Pimp, dein Outfit. Da kann man sein Outfit so ein bisschen aufpimpen lassen und so ein bisschen eine Skillberatung bekommen. Da werden wir auch gleich nochmal hingehen. Das ist aber alles erst ein bisschen später. Also jetzt, dass wir in Ruhe wach werden zu Hause und dann gerne vorbeikommen. Wir warten auf Sie und freuen uns. Ansonsten wirklich schon fleißig aufgebaut. Das ist eine Nähmaschine gerade am Start. Und ich gucke jetzt mal so langsam hin. Bist du schon fertig mit dem Aufbauen? Nein, ich muss mich noch ein bisschen vorbereiten. Damit dann heute genügend Garn da ist, spule ich jetzt mal noch ein bisschen auf. Falsches Garn drin. Du bist die Kathrin, ne? Ich bin die Kathrin, genau. Wo kommst du her? Was machst du genau? Ich bin aus Dresden und unterrichte, ich bin Schneidermeisterin und unterrichte an der Fachhochschule. Fertigung, Schnittkonstruktion. Also das Praktische, das Handwerk. Ja, und heute bist du hier, um mit den Leuten zusammen zu nähen oder was zu kreieren. Richtig, jawohl. Wir wollen Taschen nähen. Also wer Lust hat, muss ich ein bisschen Zeit nehmen, dreiviertel Stunde bis eine Stunde. Und dann kriegen wir hier so ein zauberhaftes Werk. Dann müssen wir mal direkt gucken. Das sind die Taschen, die du hast, ne? Diese hier. Genau. Und das ist aber alles kostenlos auch, ne? Heute. Das ist kostenlos, weil wir diesen Stoff gesponsert bekommen haben von der Firma Zellner. Und ja, dann Reißverschlüsse sind von uns mit dazugegeben. Und ich finde, die sehen fetzig aus. Ja, die sind sehr futuristisch auch so ein bisschen, ne? Mhm. Aber so ein bisschen, das ist hier so ein sportlicher Stoff, ne? Genau, das ist ein Abstandsgewirk, was eigentlich in der Sportindustrie mit eingesetzt wird. Sportschuhe, Taschen oder auch Matratzen. Ja. Genau, und wir haben es einfach mal eine Art fremdverwendet. Sehr gut. Also liebe Zuschauer, Sie sehen, man kann heute kreativ werden. Man kann sich eine Tasche heute machen. For free, muss man nochmal dazu sagen. For free ist immer so ein Toll. Da kann man einfach mal vorbeikommen, mitmachen. Naja, der harte Einsatz ist es selber machen. Stimmt, der harte Einsatz ist selber machen. Der Preis dafür ist, selber kreativ zu werden, wenn ich diese Tasche zu verwirklichen habe. Aber man lernt ja auch was dabei. Deswegen ist es ja besonders gut eigentlich, ne? Ja. Ansonsten haben wir trotzdem noch ein straffes Programm. Ich guck mal kurz rum. Hier guck mal so ein bisschen in den Stand. Danke dir erstmal. Bitte bitte. Du baust mal weiter auf, bis die Gäste kommen. Und wir checken jetzt mal aus, wie so unsere Aktionsfläche aussieht. Wir müssen mal gucken. Wir sind drumherum. Ist Engbars. Dann haben wir Bonita. Also dazwischen stehen wir so ungefähr. Hier vorne ist direkt der Haupteingang. Also sind wir schon sehr zentral. Wenn Sie reinkommen, sehen Sie uns direkt. Die große Aktionsfläche ist sehr, sehr viel. Hier haben wir ein, ähm, ja, mein Glücksrad. Ja gut, ein Glücksrad kann man, ähm, ich weiß noch nicht, was genau an einem Glücksrad passiert, aber da werden wir gleich mal, das checken wir gleich mal. Gucken wir auch mal so. So, und hier ist jetzt unser großes Fashion Loft. Genau. Fashion Loft, hier ist auch das nette Programm schon drauf, das ich schon mal gepostet habe. Und so sieht das Ganze aus. Es ist, ähm, schön hergerichtet. Hier wird ein bisschen was passieren. Hier haben wir nachher auch genug Fläche, um die Schuhe zu kreieren. Also wir haben einige Plätze frei. Kommt Sie gerne vorbei und, äh, machen Sie die Schuhe. So. Was haben wir hier? Ja gut, das ist so die Aktionsfläche. Oh yeah, komm. Jetzt Bühne. Hier wird auch noch kreiert. Hier ist nachher noch ein Designer, der Wolfgang Maurer, der macht auch Designs. Das ist nämlich seine Kollektion, die Extravaganz, ja. Können wir uns hier schon mal anschauen. Ja, so sieht das Ganze aus. Das war es erstmal zum kleinen Warm-up von mir. Wie Sie sehen, es ist noch nicht, äh, äh, allzu belebt bei uns hier auf der Fläche. Aber das kommt alles noch. Also, ne? Jetzt in Ruhe aufstehen, dann gerne vorbeikommen und dann noch ein paar Plätze sichern. Dann, äh, ein paar Schuhe machen. Taschen. Und dann melde ich mich nachher nochmal im Livestream wieder. Bis später. dann, äh, 絕 donor wieder. Da. 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 Da.